da sind wir wieder in äh 28. Part und wir haben gerade Kabel schon abgefahren und yeah und er hat 8 Diamanten davon und ich nicht du kabelst doch nicht in die Kiste ok ich nehm alles mit so nether ja und ging ging ich auch aha wo haben wir denn das Flint nein das fangen wir hier ich hab auch noch vormt ich schmeiß dir das runter im und grobe hey warum was willst du von mir alter was gibst du mir ich guck mal nach der Spinne und da ist ein Zombie oh Zombiefleisch haben wir das erste mal oder? oder? naja wär was neues wär was ja davon wird man glaub ich auch ein bisschen vergiftet aber nütscht nur nix oh stört doch gar ein ach hier ist die Spinne die ist auf dich fixiert nein wetten brauchst du auch was zum Craften? das noch an der Tür hoch hast du aufgelassen komm ich geh wieder in die Netzer tschüssi ja ich will eben noch die Spinne verkloppen was ist die denn ey sag lust die ist jetzt runter die arme Spinne oh das ist voll episch da ist sie na süße Spinni na ok tot du hast du mit Pfeile gekräftet wer nein ja ich hab aber schon alle weg wieder nein ich hab dir auf Licht gegeben ok dann mach ich das jetzt ach die Federn du es alter hier brennt alles weg alter alter hier brennt alles weg alter alter hier brennt alles weg aber ich glaube hier stellt einer immer Kisten auf man will da sagen auch selbst nimmer über ähm ja nimm mal netherwaite mit ne hä ja hast du viel viel netherwaite brauchen wir ja ich hab nicht mehr warum hab ich Sand warum hab ich Sand warum hab ich Sand das ist gut zum Abholz so Waldläuferer mach ich mir mal ne Eisen so ich geh mal hoch auch ich hab hier kein Eisen ok ja ich komme jetzt auch gut du bist so ne scheiß Big Zombie als da sollen wir Sand Sandstein mitnehmen oder so soll ich mir mitnehmen soll ich mir mitnehmen ah Sprint ah junger alter ich nehm einfach Sandstein mit ne ich nehm einfach Sandstein mit ne Mann diese Gäste regnen halt voll auf ja du regst mir auch auf ja die Kinder weil du mich nie ausreden lässt ah alle greifen mich an scheiße tschüss Maxi ich bin tot neiiiiiiiin ich lebe weißt du eigentlich dass du nur die ganze Zeit schreit nehmen neini nein 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 ich habe überlebt zwei Herzen Hördentwickler ausgenommen wenn er nur eine Wohnung aber wir haben wenn es nicht sein und wenn es ja weil er übergessen Ich hätte Angst. Die greifen mich alle an, die Kings. Wo bist du denn überhaupt? Hier. Ah! Kill die Nacherei einfach. So, Fleisch! Nein! Ah! Nein! Kannst du weniger schreien. Auf! Ja, kann ich. Soll ich auf? Ah, ich sprinte durch. Guck doch mal, da machen die schon wieder Kaffeekränzchen. Ja, die spornen da. Die greifen mich aber alle an, ne? Ah! Nein! Schön, hier. F1-Funktion. Du! Ah! Schrei doch! Oh, ich bin! Ah! Ich lebe! Hilfe! Schrei doch mal weniger, bitte. Nein! Warte, ich komme hinterher ran. Ah! Ich sterbe! Du hast doch wieder volles Leben. Komm, wir kämpfen! Nein, ich habe nur 3... Ah! Mann, hör doch mal aus, so schrei, ich habe Ohrenschmerzen schon. Jetzt greifen die mich doch an. Oh, hallo. Ja, komm jetzt. Mach die Tür doch einfach so. Meine Fresse, was ist das denn? Greif den an! Den schaffst du doch wohl, oder? Nein! Mein Fleisch! Arsch! Hallo? Okay, weiter geht's. Lass mal hier ein bisschen ausleuchten. Haha. Ja. Ich baue mir immer ein bisschen Leatherrack ab. Gut, mach das. Was ist eigentlich mit den Glowstone? Ja, wolltest du doch holen. Okay. Ich hole den Glowstone. Hilfst du mir dabei? Ja. Auf der Suche nach Glowstone. Ja, auf der Suche nach Glowstone. Auf der Suche nach Glowstone. Nach Glowstone. Nein, du kannst nur alleine holen. Nein, ich will Haus weiterbauen. Es gibt von mir keinen Kabelsturm mehr. Ich habe genug mit. Ja, ich hatte nur alles mitgenommen, ja, ey. Glaublich. Glaublich. Oh! Da oben ist. Wollen wir eine Dreiertür? Oder machen wir so? Nein. Okay, doch. Ach, meiner Fresse, ey. Glowstone. Glowstone. Ach da, ich sehe dich. Ich fühle mich nicht mit F1. Glowstone. Oh, das sieht doch gut aus. Alles mein Glowstone. Oh, die Kirmesmucke hier. Keine Werbung für Kirmes machen. Das ist keine Werbung. Werbung lohnt sich. Ebay glänzt. Man, dann ist das auch nochmal leer. Ui. Warum liegt hier denn so viel Glowstone rum? Ui. Ich habe 64 und 18 Mal Glowstone. Hallo? Finde ja gut. Wie ist das Haus? Alter, der Gang sieht voll episch wie so'n Zug aus. Ich komme! Was machst du denn da? Auch hier brauchen wir gar kein Glas, weil wir ja eine komische Wand haben. Eine komische Wand. Komm. Hier kann man sehr leicht sterben. Da bauen wir glaube ich einen Eingang durch. Erstmal zu bauen alles. Ich habe 20 Mal Glowstone. Ich mache hier mal eine Crafting Box hin, ne? Oh, das ist keine gute Idee hier so'n Weg zu bauen, oder? Ich hole mal Stein. Nein. Das ist nämlich der erste Part. Ne. Das können wir vergessen hier mit dem Weg. Warum? Was ist denn los? Guck doch mal. Hier musst du überall sowas anbauen. Alter. Ne, ne. Das ist ja zu riskant. Warte, hier kann man ein schönes Glas einbauen. Nein, kann man nicht. Gib mir mal ein bisschen Glas. Das ist in der Kiste. Mann, jetzt kann man wieder reinlaufen. Ich habe nur noch 30 mit. Ja, dann mach das. Okay, ist egal. Alter, hier ist es sehr gefährlich. Ich werde jetzt besserisodeen. Verbaut. Möch! oi noi Ich werde jetzt die Kisten von da hinten holen... Und werde alles nachher verlegen. Schieoll! Ich lass mir hier die Löcher stoppen. Stopp! er noch was für die reale Welt auf nö ja doch klar ich hab noch 17 Mal du lässt immer schön auf wie lange nimm' wir auf? ach reg' mir hier auf 20 sogar ne 20 ja guck mal da die mach' ich schon wieder Kaffeekränze ne das ist jetzt ne gute Gangwing ich bin jetzt aber junger ich mach' erstmal Paparazzi Fotos die Hölle dahin oh 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 wow nein wir sind irgendwie in der Hölle ja wir sind in der Hölle also Hilfe 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 nein hu tschüss 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 auf in den Krieg die passt die Musik dazu ab in den Krieg oh ne da ist schon wieder einer und das Glowstone geht auch die Tür ist kaputt schnell wieder einsetzen ne 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 wow aah Pickzombie war da komm kämpf mal jetzt ok gegen Pickzombie mit mit dem Gas oh ich brenne schon neun ja ich bin fast tot Alter alter ich bin fast tot ich bin fast tot und ganz klein werden du 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 wo bin ich denn hier wo ist Lame by pickzombie ja sicher mal meine Sachen wo Arma und wir machen man aufnahmestopp So, da sind wir wieder. Ich leg deine Sachen in die Kiste, ne? Ja. Irgendwo bin ich hingespawn worden. Weiß aber nicht genau wo. Und ich hoffe, meine Sachen sind noch da. Nein, ich hab die eingesammelt. Sehr nett von mir, ne? Ne, doch. Warum hab ich zwei Schippen? Ich hatte nur eine. Da ist jetzt noch eine. Meine Eisenspitzhacke. Und das ganze Kabel hätte ich gerne. Da hast du doch Kabel. Ja, so wenig doch nicht. Ich hatte über vier Steaks. Du hast doch alles. Nein. Ich hatte auch drei Steaks. Ich hab meine Eisenspitzhacke. Habe ich dir doch gegeben? Nein. Die liegt da doch. Wo liegt die? Die liegt bei mir. Ja, gerade reingemacht. Nein, das nicht. Mein Wurm. Und noch mehr Kabel. Wie schlagst du? Ich hab zwei Steaks. Ja, okay. Und 16. Ja, ja, okay. Und man dort? Ja, vielleicht hat ich auch viel mehr. Holz hat ich 64. Und Sticks hat ich auch noch 64. Ich hab auch schon Steaks. Ja, Holz normales. Da gibt's ja nur die Hälfte. Der liegt doch alles. Ne, das heißt es aus der Kiste. Ne, ne. Schon hoch. Okay, dann würde ich sagen, du bringst das. Dirt, wo ist Dirt? Ich hatte, du hattest kein Dirt. Ich will nicht, ich hatte Dirt. Und Netherrack ist da. Nimm doch mal das Sandstein mit. Wo ist Sandstein? In der Kiste. So. Wir müssten eigentlich gleich den Pfad beenden. Ich werd mal hier den Berg hier weghauen. Ja, okay, dann. Nein. Boah, ich hasse diese Pfad. Ja, jetzt ist man Dirt da drin. Jetzt soll ich mal was sagen können. Ja, okay, dann beenden wir diesen Part jetzt. Ciao. Ciao.